Politik ist wie ein Dauerlauf. Du brauchst einen langen Atem. Du musst dich für deine Region einsetzen. Du musst dein Ziel im Blick haben. Du musst aus vollem Herzen handeln. Seit 2013 vertrete ich unsere Heimat Oldenburg und das Ammerland im Deutschen Bundestag. Unsere Stadtteile und Dörfer, unsere Vereine und Unternehmen, unsere Beschäftigten und amtlichen Aktiven, unsere Familien und Senioren, für sie alle bin ich da. Ich trete konsequent ein für die Projekte der Oldenburgerinnen und Oldenburger, der Ammerländerinnen und Ammerländer. So arbeite ich. Voll dabei. Mit Leidenschaft. Immer aus vollem Herzen.